Lieben Freunde, wir sitzen hier zusammen mit Adem. Er ist der Besitzer von diesem Geschäft, von diesem Schluckgeschäft. Jede Zeit herzlich willkommen. Wir erwarten alle. Ja, sehr gut. Und das ist mein guter alter Freund Dingo. Und das ist Belind. Er ist aus Australien. Aus Australien, ja. Everybody welcome to Turkey. Come. We're waiting. Siehst du, wir sind hier alle international. Es gibt keine Feindschaften, nichts. Wir vertragen uns alle sehr gut. Christen oder Moslems, wir vertragen uns sehr gut. Wir haben keine Probleme. Und das wollte ich nur gesagt haben. Und ich gehe gleich nochmal durch mit ihm durch sein Geschäft. Denn ich könnte nochmal genau die ganzen Lachen sehen. Bis dann. Ich sage an meinen Freund Dingo, den ich schon seit 6 bis 7 Jahren kenne. Lange Zeit. Und du bist jetzt im Urlaub hier, Dingo. Wie fühlst du dich hier und was findest du gut hier? Entspannt, ruhig, saubere Straßen. Hätte Menschen. Das ganze Ambiente. Einfach nur toll. Das ist einfach toll. Und hast du was festgestellt, dass hier irgendwie das so diktatorisch läuft oder was? Ja, nichts. Also das, was in Deutschland im Wären sind, ist das was ganz anderes. Ja. Nichtsachen. Das glaube ich auch. Also hier, guckt euch die Menschen an. Die sehen hier. Die gucken. Keiner sagt was. Keiner schreit. Keiner schimpft. Richtig. Wir filmen hier mit der Kamera. Hier ist das friedlich. Genau. Schon alleine das Film mit der Kamera ist hier kein Problem, muss ich dazu sagen. Weil in Deutschland würde sofort... Oh, ich bin wieder da. Alles klar. Bis dann. Sag mal Tschüss, Dingo. Ciao. Ja. So, das ist gut. Ich... Ich...